Ich komme! Ich komme! Ich nenn diese Folge Ich jagere Lembertus Nether Leute, muss ich einbrechen Wieso? Wir killen uns ja nicht Nein! Wieso? Herzlich Willkommen zu Minecraft KL Heute mit dem Lunese HD und dem Relembo Hallo! Und mir, DrinaLP, dem King of Kings Mit dem Ding Joa, wir nehmen heute mal wieder zu dritt auf Das freut mich Joa, und ich kehre erstmal den Zombie Joa, und mein Name kam was nicht hin Wieso? Ja Wann hat ich mir das Wann hat ein Brenn... Ich bin jetzt noch nicht einmal Brennmeister beim Weg gelaufen Äh... Der nimmt erstmal so lange auf, bis er auf unserem vollgestand ist Also, alleine Also, er hat auf jeden Fall alleine aufgenommen So Aber am Anfang, ich weiss nicht, auf welchen Fall der Standkarte ist, wo ich dann später mal komme Deswegen nehme ich ja jetzt auch, weil ich jetzt auch so viel gefehlt habe, nehme ich ja jetzt auch zweimal täglich Ja, da hab ich mir halt gesagt Das soll er halt... Das soll er halt hier am Tag mehrere hochladen und veröffentlichen, damit halt wirklich auf dem gleichen vollen Stand ist, weißt du? Ey, 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 Drina, ich hab dich abgeschossen Du brauchst nicht mit dem Diaschwert gehauen, du Arsch Ey, reicht's! Rina! Jetzt reicht's! Hör auf, Drina, wir dürfen uns nicht töten Das gibt er ja Ja, wir dürfen uns töten Das gibt er ja zurück Ey! 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 Jetzt gibt's Zau, du Nein! Nein, Rina! Nein! 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 Ihr habt Langeweile, oder? Nein! 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 Hallo! Ja, ich hab's nicht Nein! Alter, Lange, Alter! Lol, Alter! Hau dir einfach ab, Alter! Ich glaub's ja nicht! Mich kriegst du nicht! Wett mal! Was wett mal! Ich bin schon so weit weg Da wünsche ich dir viel Spaß Mich findest du jetzt gar nicht mehr Ja! Sicher? Oh ja! Ey, das wird lustig in der Aufnahme Ey, das musst du dir auch angucken Und das ist unbedingt Aber bei beiden Wir haben das bei ihm Völlig genau Sachen So... Ey, scheiße, der findet mich ja Ja, weil noch eine Minimap Halt, wo man Ich hab's Spiele ausgeschaltet, gell? Nein! Ich bin in der Aufnahme Ich bin gleich tot Der Elbo ist schuld Das überlebe ich Ich bin gut Ich überlebe das Kann man sich goldenen Apfel eigentlich herstellen? Ja Wollen wir nicht Relembo! Nein, ich will das nicht Nein! Ich hab da voll Panik Du hörst dich an wie meine Ex-Freunde Nein! Ich will das nicht! Nein! Du pack das Ding weg! Das ist auf jeden Fall ein geiler Vergleich, ja? Okay, bitte nicht Das ist das falsche Loch Nein, bitte nicht Das ist das falsche Loch Nein, bitte nicht Nein, bitte nicht Okay, nein Das hatte halt nicht Ich schon Also nach dieser Aussage Denk ich mir grad Gott, Gott Ich muss mir mal wieder ein Hentai angucken Ist auch nichts verkehrtes, ne? Das ist alles Kunst Ja Ja, alles so Und moderne Kunst Ey, warte mal Hier ist ein Dings Oh, geil Ich hab zwei Pferderüstungen Hilfe dich Ja, ey Die können wir später noch Ach ne, wir haben ja gar keine Pferde Schade Toll Können wir gar nichts damit anfangen Auf dem Server Du kannst bei einem Event sagen Du willst Pferd haben Nein! 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 Dann kann man ja auch nicht hinter mir zugucken Dann drück er 5, Alter Ich hab gesagt, dass ich mit mich traue Ich hab gesagt, dass ich mit mich traue Sackgasse Ich hab nix Sackgasse Ich bin aber glücklich, jetzt schwein Oh, ich frag mich Karl F3 mal kurz machen, damit ich ja das Verlöp Nein! Puh Oh, oh, ich hab Hunger Ich muss was essen Scheiße, 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 scheiße Nein! 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 Ich komme! Ich bin ich nur bitte nicht, Rina Ich komme! Ich nenn diese Folge Ich jage Relembo durchs Nether Leute, muss ich eingreifen Wieso? Wir killen uns ja nicht Nein! Also das war ein Fail Relembo Ich bin auch sehr gefallen Ich bin auch sehr gefallen Monster spawn Alter! Scheiße! Ui! Das war knapp Ja, das dachte ich mir auch So Ey, ich hab noch nur 2 life Ich hab noch nur 2 life Hör Einfach tiefer buddeln Einfach tiefer buddeln Einfach tiefer buddeln Das klappt schon Irgendwann kommt Lava Ich hör'n doch Irgendwo hier ist er Ich hör'n Nein! Bin ich nicht Komm weiter runter Ah, nee, der Quartz hält voll auf Ach, Relembo Soll ich dir mal was sagen? Nein! Nein! Ich war letztlich mal einfach Irgendwann Kriegst du dich so weit runter Dass du nur noch im Lava fällst Gar nicht Ich bin schon auf Grundgestein Scheiße Wie kann ich mich denn jetzt anbringen Um wieder in die normale Welt zu kommen? Ich weiß Oh man, jetzt hab' ich so viel Sex Voll Trainer denkt Weh! Ich bin bestimmt den Block unter dem Arsch weg gebaut Baut er mir einen Block unter dem Arsch weg, Alter Tschüss Trainer Ja, ich geb' dir ein bisschen Vorsprung Ne, ich versuch' mich jetzt hier erstmal zu töten Wo bist du jetzt hin, Alter? Mach' da hoch! Ja Ach du musst es erstmal in die ganzen Blöcke wieder abbauen Ja, okay Ah, war das so? Ich bin oben und jetzt töte ich mich Echt glaubst du das? Ja bin ich nicht? Jetzt ist ja echt ein lauergesprung, Alter ich nicht vor allem was hast du für ein problem mit den scheiß stein alter diesen bei mir fast in einer halben sekunde weg ich hatte aber kein obsidian zufällig kein obsidian in der tasche den ich dir hätte voranhalten können weißt du was du hättest machen können britischen lava einsetzen können dass wenn ich mich hochkau ich muss aber ein bisschen früher schluss machen warum ich mag ich mag doch sonst würde ich doch gar nicht mit euch das hier machen hätte ich doch von vornherein zu dem projekt nicht ja gesagt das kann jeder sagen ich würde sagen weil ich habe vorhin auch eine 10er folge aufgenommen 10 minuten anpasst sich das an ungefähr ist ja dir überlassen ja dann verabschiede ich mich schon mal auch bei euch zwei süßen und bis zum nächsten mal ja viel spaß mit einer hand ja sie geht dir niemals fremd du kannst sie bescheißen so oft du willst sie sagt nie was ist immer da wenn du sie brauchst genau ich würde mich jetzt einfach mal hier rein alter aber war eine lustige verfolgungsjagd ja jetzt bin ich wieder draußen so jetzt sieht er sich schon mal ein bisschen ansatzweise in ordnung aus mit dem licht weil ich habe es halt die laterne hin gemacht ich habe nicht überall diese scheiß facken habe ich eigentlich hier muss sie oder habe ich nicht normal ich habe eine eisen russi ich habe eine eisen russi habe ich an der eisen russi ja wahrscheinlich repariert hat nämlich jetzt mal die nämlich jetzt mal stark an aber da gelämmen wo schon in der folge halts aber in der folge hochgemacht hat also oder aufgenommen zu besorgen ja dann was hat er also gestern das wieder auszumachen kann gut sein muss nicht kann sein muss aber nicht aber ich muss jetzt hier gerade mal meine sounds runter drehen alter weil sonst schört man dich nicht wenn ich irgendwas kriege oder so ja ich habe nur meine sounds gerade ein bisschen niedriger gestaltet das war ja richtig auch normal so dann gehen wir mal hier runter ich glaube den weg zurück fände ich nie wieder alter vor allem rennt er einmal im kreis und ich sehe einfach so wie er rumrennt also ich habe ja nur effizienz eins auf meine spitzhacke fällt mir gerade auf warst du schon bei den kühnen und hast du die ver gewaltig gewaltig ne noch nicht kann ich eigentlich machen ja weil ich brauche auch 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 leder für was bücher für was für zauberei wenn wir ein bücherregal hätte ich mich auch vorgehabt was habe ich auch vorgehabt damit wir ein bücherregal haben ja aber ich wollte erst mal einzelne verzaubern weißt du mit effizienz eins und so dass da meine axt hochnitten kann äh pickaxe nicht axt gott zuerst wir haben ein bücherregal gebuffet wozu alter weil wir uns auch noch an die archivien dran setzen müssen ja auf die ist doch geschissen nein nicht doch doch nein doch doch alter wo bin ich her gekommen da drüben ist der ausgang oh scheiße wie viele kühe haben wir denn hier äh glaubst du glaubst du ich muss jetzt ich muss jetzt aus dem weizen habe ich nicht mit wurschmauern ach da drüben geht es rüber jetzt ähm ihre aufnahmezeit ist äh ich bin doch jetzt bei 15 minuten alter was geht denn da ab irgendwie bekloppt ihr seid doch alle bekloppt 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 ja bestimmt bekloppt 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 ja ja er hat jetzt aus dem jahr noch wer gespendet hier in die kiste rein oder wo oder was oder wie oder warum oder weshalb oder weshalb oder wieso oder warum keine ahnung ich hab die projekte leider du hm hm ich höre einen gast ich höre einen gast einen gast in einer minute ist die aufnahmezeitverbrauch ja ich bin trotzdem jetzt bei 16 minuten alter da fehlen fallen bestimmt noch äh ja knapp 2 minuten weg ja also ich bin gerade mal bei 14 minuten hm also knapp 15 minuten von da kann das schon mal nicht stimmen ja sag ich oh sag ich oh sag ich oh sag ich oh hm hm machst du jetzt schon bei den scheißgrünen ja gib mal leder kann dir zwei geben ich hab fünf gib mal leder und gib mal Plastik した from Bastik woda bist du ja wo komm ich wo bin ich eh he nach einem leder nö för encryption äh, verdammt ich dachte schon, ich krieg das nicht hin äh, scheiße äh, nein geht doch auf hey, ich war gerade so weit, dass ich es offen hatte du brauchst Leder, hast du gesagt, ne? bitteschön Leder und Plastik waschbar so, äh, Zuckerrohr, muss ich gucken, ob ich Papier habe oder nicht äh, Zuckerrohr müssen wir erstmal einpflanzen ok, ja, wir hatten noch was angepflanzt ja, das haben wir dann abgebaut, nachdem wir ja den mittleren weggemacht haben ach so, ach so, ach so, ja, dann pflanze ich mal welchen an ähm, mach ich auch, mach ich auch warte, ich geb dir was willst du? das willst du in der Öffentlichkiste sind, das ist Zuckerrohr ja, ich hab so zwei Stück die Hacke die Hacke Achtung, ich setze den dritten äh, den dritten Bücherregal ach, scheiße, ich kann die ja gar nicht so draufsetzen, Alter ha, 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 ha ich brauch die ja gar nicht bearbeiten hm, was ich brauch ist, hm hm machen wir gleich mal eine neue Spitzhacke so, ach so jetzt brauch ich einen Reimer hab ich nicht aber Zuckerrohr kann man nicht mit, äh, Dings Mehl machen wir nein nein das wär einfach nur zu schön äh, ja, zu schön, um auch zu sein hier aber wie ist, vielleicht kommt das ja noch ein 1.9 Update glaub ich nicht ähm ich hab doch grad irgendwo noch zwei Stück drin da sind sie doch ähm Kiste da guck ich das komm hier grad leicht durcheinander aber nur leicht aber nur leicht ja, nur leicht nicht ganz und nicht voll äh, wo hast du die unendliche Wasserquelle hingesetzt? die ist beim Feld ach so, da, ich seh sie das 3x3 Feld äh, Effizienz 2 oder Haltbarkeit 2 das ist die Frage hm ich würde ja das mal 1 machen uh, Haltbarkeit 1 und Effizienz 2 hab ich bekommen joe hast du noch Papier? was? ja ich hatte nur zwei stück ja sonst kann es sei du hast das aus der kiste genommen also bei der kiste ist noch was ich habe das meine kiste genommen das was ich abgeformt hatte wir sind noch acht stück drin ja und hier sind noch drei stück drin ich pflanze die drei gleich mal hier hinten an warte ich komme mit dings erde und zuckerrohr wo ja ich würde diese braten setzen lassen aber ich habe jetzt keine lüsten extra fällt zu machen ja dann was ich es muss effizient sein außerdem ist es nicht effizient weil tut sich nur dort anpflanzen wo dings ist wo wasser ist echt jetzt hätte ich nicht gedacht ja ja wenn du mir so blöd kommst dann machen wir es halt anders hier wo ist hier erst mal noch mindestens eine setzen wo ich eigentlich kippen müssen gehabt die scheiß fadde weil die dinger zuerst setzen da wollte ich mich jetzt wieder voll heilen so da kann ich keins mehr an also brauche ich noch mal ein wasser so ich habe jetzt mal ein kleines zuckerfeld her angerichtet jetzt gucke ich mal der wir sollten mal hier die aufnahme beenden wir sind jetzt bei 23 minuten auch scheiße ja gut in der nächsten folge gibt es wieder verschönerung und irgendwann müssen sich das feld wieder ändern da Trina schon wieder die schöne insel versaut hat ja klar man zieht sich dann in der nächsten folge und tschüss tschüss